Yo, servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Benji und willkommen hier zurück auf No-End Gaming. Wenn ihr dieses Video gerade seht, läuft der 10-Stunden-Stream gerade im vollen Gange. Wir sind im vollen Spiel drin und können Packs öffnen. Checkt das ab, der Link ist in der Beschreibung. Und hier seht ihr jetzt das Best of von mir, von den letzten Packs, sage ich jetzt einfach mal, Freunde. Checkt das gerne aus. Ich würde mich sehr über eure Meinung und über eine Bewertung freuen. Und ich wende euch jetzt nochmal den neuen Streaming-Plan ein, Freunde. Das ist der Plan, wie er ist, wie wir in Zukunft erstmal streamen werden. Jetzt natürlich während der FIFA-Startzeit noch viel, viel mehr, so gut wie jeden Tag. Aber das ist es. Das, was hier steht, sind die Streams, die auf jeden Fall fest sind, wo ihr sicher seid, dass ich online sein kann und online sein werde. Ich freue mich sehr auf euer Feedback. Schreibt es in die Kommentare. Und viel Spaß mit meinem ersten Best of Packs FIFA 21. Let's go! PSN-Code trägt ihr am schnellsten und besten bei VGO-Shop, ja. Die günstigsten Codes im Netz und am schnellsten auch noch, ja. NUTZ-RG-KAPA Für Rabatt. Link in der Beschreibung. Walkout. Walkout. Oder? Habe rein. Ist ein Walkout. Erster Walkout, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mit vollem Mund und fast ungekochtem rohen Brokkoli, den ich gerade im Mund hatte. We can work with that. Und ich habe es direkt erkannt. Wow. Beim ersten Versuch rede ich nicht dran mitgerechnet. Very nice. Very geil. Erster Walkout ist für mich Kavachal. LOL. Was passiert denn jetzt? Back to... Ah, ich dachte, der E-Score wäre auch 86. Nein. Aber einfach die ersten beiden Male im Stadion. Und die ersten beiden Male Brasil... Moin Meister. Okay, let's go. Mein erstes Pack mit Points. Das erste 7,5er. Wer hätte damit gerechnet, dass es scheiße ist? Richtig, alle. Wobei es gar nicht so scheiße ist, bestimmt. Oh, Baby. Let's go. Shit, Digga. Der wird safe seine 30, 40k kosten. Bam, 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 bam. Breshti. Shit, 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 shit. Schmeckt. Oh, Baby, don't trip. Baby, don't trip. Baby, Baby. Ich bin ein geiler... Ich hab das wieder gar nicht gesehen. Ich achte hier viel zu sehr auf anderes Zeug, Mann. Let's go, Baby. Shit, shit. Schmeckt. Ich bringe wieder das Schmeck zurück, oder was? Schreibst du in die Kommentare, wie sehr es nervt. Also das kann man von 1 bis 10. Äh, Rechtsverteidiger. Gomez und Rechtsverteidiger. Aber Wachal war mein Workout im dritten Pack. Ja, das waren diese Geschenken-Packs, wenn man wiederkommt. Oh, der fährt raus. Oh. Oh, Modri. Der hat den Lila. Hi, 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 hi. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Oh, Baby, Markus Lorenti, da bist du doch. Leute, gerade beim Boss sind... Ja, Digga, ja, Digga, ja, Digga, der wird zu overpriced sein, Baby, weil die alle haben wollen, aber du bist bei mir, Baby, Boy. Oh, Shabab. Oh, Shababs. Shababs Booten. Können wir Shababs Booten anmachen? Wir können jetzt nichts anmachen. Oh, Walkout. 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 Gomez. Let's go. Boop, 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 boop. Let's go, Baby. Yeah, Baby. Let's go. Oh, Baby. Der könnte doch. Kriegt der ein Team oft? Nee, ne? Moin, Meister. Oh, das ist, glaube ich, wieder ein Workout. Oder auch nicht. Ich habe mich absolut verguckt. Moin Meister. Who are you, man? Who are you, man? Hello, my friend Arena. Gut, wer treibt deine Rolle nicht, Digga. Du bist nur ein Auto. Du bist kein Pässe. Oh, der ist ein... Fährt rein. Bam, der wird ordentlich was reinwert sein, Baby. Let's go. Der war letztes Jahr safe bei seinen 70, 80K, glaube ich. Liverpool hat noch eine Upgrade gekickt. Das, meine lieben Fische, war es an der Stelle. Komplette Ehre. Walk out. Walk out. Walk out. Yeah. Let's go, Baby. Let's go, Baby. Let's go, Baby. Ich war nie weg. Come on, Mann. Come on, Mann. Yeah. Let's go, Baby. Was eine geile Karte, Baby. Mein dickster Pol jetzt hier. Komm, Baby. Come on, Baby. warte Leute es gibt ja diese individuellen Laufwege ein guter Stromling zu Mondi und dann habe ich links noch Hazard und den ZM Modric Baby Oh ja Mann, das ist ein cooler Pool Oh ja Moin Meister Moin Nelson das ist richtig gut frischer Wechsel und Pace des Jahres Ah ja du musst ihm halt alles detailliert sagen lol ich habe Insidio gezogen ich habe außerdem geskippt lol Moin Meister lol Oh, der G3 der G3 das ist das ist yeah Wanbisaka Sonja was 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 ist überhaupt für ein Name Wanbisaka ist eigentlich voll chinesisch ne aber der ist Engländer der heißt einfach Mama Balde Mama Samba Balde Mama Samba Balde Ela Wuhu Ulas Usas Oh, der wäre rein langer und die bitte yes yes here we go again bam ich gucke dir tief in die Augen und ich sehe, dass wir uns gut verstehen werden dieses Jahr Baby I can see it in your eyes I can feel it in your smile Oh, Walkout Walkout Oh, England Walkout Oh, Stürmer Harry Kane, Baby Let's go Wie schlecht, Digga 68 Pace, Mann Ugh Oh, ich nehme gar kein Licht an Balihad Leiii Ich weiß gleich, dass ich Alba did, Bruder Leiii Leiii Ja, Gunners. Der wird safe was wert sein. Nice one. Oh, walk out. Walk out. Walk out, Digga. Walk out, Baby. Oh, nein. Oh, ja. Oh, ja. Let's go. Yes. Come on. Jaden, Baby. Nimm ich mit auf jeden Fall, der Jaden. Nimm ich mit. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.